Das nächste RC-Modellauto, das ich mithilfe meines Sponsors Gearbest in einen ferngesteuerten Rover verwandelt habe, ist ein Fahrzeug mit der wenig blumigen Bezeichnung UJ99-2815B. Geliefert wird das Modellauto mit einer Fernsteuerung im Pistolengriffdesign und einem USB-Ladekabel. Die Abmessungen betragen 22x15x10cm bei einem Fahrzeuggewicht von etwa 430g. Der Preis von weniger als 20€ ermöglicht einen extrem günstigen Umbau zu einem funktionierenden Roboterfahrzeug. Im Originalzustand wird das Modellauto per Fernsteuerung bedient, diese benötigt zum Betrieb zwei AA-Batterien oder Akkus, die nicht im Lieferumfang enthalten sind. Der Fahrzeugakku besteht aus vier Nickel-Cadmiumzellen mit einer Nennspannung von 4.8V und einer Kapazität von 700mAh. Der Akku ist im Fahrzeugboden untergebracht, die Klappe wird durch eine kleine Schraube gesichert, wozu ein passender Schraubendreher mitgeliefert wird. Die Sperre des Steckers zu lösen ist etwas fummelig. Geladen wird der Fahrzeugakku über das beiliegende USB-Kabel. Nach etwa drei Stunden erlicht die rote LED, womit angezeigt wird, dass der Akku vollständig geladen ist. Nach Einschalten von Fernsteuerung... ...und Fahrzeug kann's losgehen. Die Steuerung ist digital. Über den Abzug kann der Fahrmotor voll vorwärts... ...ausgeschaltet... ...oder voll rückwärts angesteuert werden. Wie zu sehen werden nur die Hinterräder angetrieben. Die Lenkung erlaubt nur Vollausschlag nach rechts... ...gerade Ausfahrt... ...oder Vollausschlag nach links. Das Plastiklenkrad an der Steuerung muss dabei besonders nach links mit Nachdruck zu dem Endschalter bewegt werden. Ich musste das Lenkrad an der Fernsteuerung während der Testfahrten mit ein paar Tropfen Sekundenkleber reparieren, aufgrund der Schwergängigkeit war dieses abgebrochen. Das Lenkrad kann umgesteckt und über einen Schalter die Richtung umgekehrt werden, womit die Fernsteuerung sowohl links als auch rechtshändig zu bedienen ist. Für den gerade Auslauf gibt es einen kleinen Trimhebel. Auf zu einer ersten Testfahrt in Originalkonfiguration. Die Maximalgeschwindigkeit ist mit 20km pro Stunde angegeben, was für das kleine Fahrzeug vollkommen ausreicht. Die Geländegängigkeit reicht aus, um auf leicht unebenem Untergrund zu fahren. Die Akkukapazität reicht für 10-15 Minuten Fahrspaß, bevor der Energiespeicher erneut geladen werden muss. Damit kommen wir zum Umbau und werfen dazu als erstes mal einen Blick auf das Innenleben. Die Lenkung wird von einem Elektromotor angetrieben, der beim Erreichen des Vollausschlags mechanisch blockiert wird. Simple Konstruktion, die funktioniert, aber beim Lenken wird immer der hohe Blockierstrom des Motors aus der Batterie gezogen. Der Fahrmotor treibt über ein Getriebe die durch eine starre Achse verbundenen Hinterräder an. Die Zahnräder scheinen ausreichend dimensioniert zu sein. Ich habe für den Umbau von meinem Sponsor einen Raspberry Pi Modell 3 zusammen mit einem entsprechenden Kameramodul erhalten. Zum Betrieb des Raspberry Pi wird ferner ein Gleichspannungswandler benötigt, um 5V Betriebsspannung bereitstellen zu können. Die Elektronik des Modellautos kann zum Schalten des Motors und der Lenkung verwendet werden. Zu den aufgelöteten Chips habe ich kein Datenblatt gefunden, also folgt Raten und Messen. Der große Chip ist offensichtlich für den Funkverkehr zuständig... ...und die vier kleinen Chips sind die Schalter für Motor und Lenkung und die sollen mit dem Raspberry Pi angesteuert werden. Durch Verfolgen der Leiterbahnen ist zu sehen, dass die Lenkung mit nur einem der Chips verbunden ist... ...und der Fahrmotor mit drei der Chips, die H-Brücken sind. Geschaltet werden H-Brücken mit Hilfe zweier Eingänge und es gilt herauszufinden, welche Pins das sind. Zu erkennen sind diese daran, dass hier im ausgeschalteten Zustand 0V anliegt, im eingeschalteten Zustand hingegen eine deutlich höhere Spannung zu messen ist. An dem Chip für die Lenkung ist klar zu sehen, dass dieser Motor mit den Pins 5 und 8 verbunden ist, das sind also die Ausgänge der H-Brücke. Ein weiterer Blick auf die Chips zeigt, dass die Pins 6 und 7 jeweils miteinander verbunden sind, höchstwahrscheinlich ist das der Masseanschluss. Pin 1 ist offensichtlich nicht mit der Platine verbunden. An Pin 4 liegt ohne Betätigung der Lenkung die Batteriespannung von 4.84V an, das ist offensichtlich die positive Versorgungsspannung. Es bleiben also nur noch die Pins 2 und 3 als Eingänge. An den beiden Eingängen liegt keine Spannung an, wenn die Lenkung nicht betätigt wird. Wird per Fernsteuerung die Lenkung nach links angesteuert, so liegen an Pin 2 3.25V... ...bei Ansteuerung nach rechts hingegen 0V an. An Pin 3 liegen bei Anlenkung nach rechts 3.25V... ...und bei Anlenkung nach links 0V an, die beiden Eingänge sind somit identifiziert. Offensichtlich arbeitet auch der originale Mikrocontroller mit einem Logikpegel von 3.3V, womit der Raspberry Pi die Ansteuerung problemlos bewerkstelligen kann. Der Mikrocontroller muss unbedingt von der Platine entfernt werden, da dieser ansonsten gegen den Raspberry Pi arbeitet und somit dessen GPIOs zerstören kann. Nach dem Entfernen unbedingt kontrollieren, ob dabei keine Lötbrücken entstanden sind. Beim Anlöten der Drähte zu den GPIOs muss ebenfalls unbedingt darauf geachtet werden, dass keine unerwünschte Lötbrücke entsteht. Das kann mit einem Multimeter in der Einstellung als Durchgangsprüfer getestet werden, nirgends darf eine leitende Verbindung zwischen den Lötstellen und den benachbarten Pins existieren. Ein Kiloohm Widerstände unter dem Schrumpfschlauch schützen den Raspberry Pi für den Fall, dass beim Löten dennoch etwas schiefgelaufen sein sollte. Etwas Heißkleber an den Kabeln verhindert, dass die Lötstellen abgerissen werden. Während die H-Brücken direkt mit der Batterie verbunden bleiben, muss für den Raspberry Pi ein Gleichspannungswandlerverwendung finden. Die Ausgangsspannung des von mir verwendeten Modells ist einstellbar und muss vor dem Verbinden mit dem Raspberry Pi auf 5V justiert werden. Die Endlade-Schlussspannung des verwendeten Akkus liegt bei 3.6V. Als Sensor kommt ein Spannungsteiler bestehend aus drei konstanten Widerständen und zwei Potentiometern zum Einsatz. Dieser ist mit drei GPIOs verbunden, die als Eingänge mit deaktivierten Pull-Up oder Pull-Down Widerständen geschaltet sind. Mit den beiden Potentiometern wird der Spannungsteiler so justiert, dass an dem Messpunkt bei einer Batteriespannung von 4.75V 2.02V zu messen sind. Der Zusammenhang zwischen Batteriespannung und Spannung an den GPIOs ist auf meinen Seiten genauer erläutert. Es fehlt noch eine Beleuchtung, die aus 8 LEDs besteht und in zwei Gruppen eingeschaltet werden kann. Der Raspberry Pi zieht einen Strom von etwa 300mA... ...der Strom durch den Fahrmotor beträgt im Leerlauf etwa 500mA... ...und steigt beim Blockieren auf bis zu 4A. Wie gezeigt zieht die Lenkung beim Erreichen des Vollausschlags den Blockierstrom des verwendeten Motors und dieser beträgt etwa 1A. Die Beleuchtung schlägt mit nur etwa 50mA zu Buche. Wird die Leistung des Getriebemotors per Pulsweitenmodulation auf 50% verringert, so messen wir etwa 400mA im Leerlauf... ...und nur 1.7A beim Blockieren. Da ein Fernerkundungsfahrzeug kein Rennwagen sein muss, kann man mit der verringerten Motorleistung wertvolle Energie sparen. Alle Teile müssen nun noch auf dem Fahrzeug untergebracht werden, hier verwende ich die Billiglösung in Form von Stücken einer Hartfaserplatte. Elegant sieht die Lösung aus, wenn ein 3D-Drucker verwendet wird. Den Schaltplan des Roboterfahrzeugs, die 3D-Dateien und die benötigte Software gibt's auf meinen Seiten. Dort findet ihr auch eine alternative Schaltung unter Verwendung günstiger H-Brücken anstelle der originalen Elektronik, die doch etwas fummelig zu verlöten ist. Die Fahrzeugbatterie habe ich durch vier Nickel-Metall-Hydrid-Akkus der Standardgröße AA mit einer Kapazität von 1900mAh ersetzt. Für den Batteriehalter habe ich erneut einen 3D-Drucker angeworfen, da handelsübliche Batteriehalter zu groß sind. Die vier Akkus passen gerade so in die Box im Fahrzeugboden. Eine Karosserie, die vor Regen schützt, ist ebenfalls anzuraten, wenn das Fahrzeug auf Außeneinsätze geschickt wird. Ich habe auch hierfür einen 3D-Drucker verwendet, das kastenförmige Design bietet Platz für Aufkleber oder Beschriftungen. Damit ist der extrem günstige Rover einsatzbereit und kann per Browser angesteuert werden, hier verwende ich ein Smartphone. Dieses Roboterfahrzeug ist mein mittlerweile siebter Rover, den ihr in meinem Robospatium steuern könnt, probiert's mal aus. Die Kapazität der Akkus reicht für etwa 2 Stunden Betriebszeit am Stück, daher ist dieser Roboter nicht immer online. Per Twitter könnt ihr euch informieren lassen, wenn eine Mission gestartet wurde. Andere Roboter sind jedoch rund um die Uhr im Einsatz. Das Ganze ist kostenlos und ohne Registrierung möglich, wer mich aber im Unterhalt der Roboterfahrzeuge unterstützen möchte, kann die Spenden-Schaltfläche auf meinen Seiten anklicken, danke an alle bisherigen Unterstützer. Der Preis des Modellautos ist günstig, der daraus gebaute Rover kompakt und mit etwa 500g inklusive Akkus recht leicht, damit ist das eine hervorragende Basis für meine Planetensonde. Ein Nachfolger dieses Fahrzeugs wird somit auf große Fahrt gehen können, mehr zu diesem Projekt gibt's demnächst. In diesem Sinne, danke fürs Angugel und bis bald!